Würden die NEOS bereit sein, dass wir mit der SPÖ in eine Koalition gehen? Wäre das was für Sie? Ich freue mich jetzt mal über den unglaublichen Zuspruch. Es schaut so aus, dass wir ein Drittel mehr an Stimmen bekommen haben. Und das ist eine Bestärkung auch von unserem Kurs im Wahlkampf. Der war sehr inhaltlich. Wir waren die einzigen, die wirklich über Bildungschancen auch gesprochen haben, dass es bessere Kindergärten und bessere Schulen auch braucht. Und da freue ich mich über diese große Unterstützung auch zu diesem Thema. Ich habe vor der Wahl klar gesagt, ja, wir sind bereit, auch mitzugestalten, mitzuregieren, wenn es eine Reformkoalition auch mit uns gibt. Und wenn die wichtigen Punkte für Wien, wie Arbeitsmarkt oder Bildung, dass es dort wirklich auch Verbesserungen gibt, dann sind wir auf jeden Fall bereit dazu.